hi leute heute dragon's treasure 2 wir starten mit 80 cent 200 euro auf dem tacho wünsche euch viel spaß bei dem video so 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 ist eigentlich doch mal super so was holen wir uns denn wir machen es mal spannend und holen es mal mit dem Ass das oh sie hat como judos oh Das ist ein Feuerbild. Das ist 50 Euro für 10 Freispiele. Und schön die nächsten Freispiele. So, wir machen das Moderna. So, wir machen das Moderna. So, wir machen das Moderna. Sogar 3. Zweite Runde fast 100 Euro. So, gar nicht mal so verkehrt. Naja, machen wir mal ein Ende mit dem Video. Es muss wiederum gebucht werden. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, ihr wisst Bescheid. Abo, Daumen nach oben. Und es folgen weitere Videos. Bis zum nächsten Mal.